Ich kann ja mal gucken, ob ich, ähm, der eine PC von meiner Mutter, den es jetzt bekommen hat, läuft am Fernseher. Ob der, ob ich da Terraria vielleicht installieren kann und da dann in Zukunft aufnehmen kann. Ja, das wäre natürlich eine coole Sache. So, auf geht's! So, meine Mama hat ja ein PC geschenkt bekommen. Einfach so. So, jetzt müssten gleich die Gegner aufploppen. Das werde ich wahrscheinlich erst ein paar Sekunden später sehen, weil jetzt schon wieder Receiving Tile Data und du stehst schon wieder bei mir. Immer noch? Immer noch. Ja, gut. Das war nämlich ich. Ha. Okay. Und ich dachte schon. Hä? Das ist ganz schön doof, irgendwie. Ja, ein bisschen. Wow. Wo bist du? Okay. Ja, ich war direkt bei dir eigentlich. Aber da war ein Gegner. Guck mal, da ist der Greis. Auf dem Bild. Du bist schon wieder, wo bin ich netzgelandet gewesen? Pass auf! Ja! Das Schwert richtet sich nach der Maus. Das ist total doof. Ja. Ne. Logisch. Muss ich ja immer drauf achten, wo meine Maus ist. Ich habe auch übrigens noch unsere anderen goldenen Schlüssel mitgenommen. Oh, sehr schön. Wow! So? Ich bin fast kaputt gegangen. Ist das schon wieder ein Gegner, den ich gerade nicht sehe? Ja, der war bei mir. Du bist bei mir noch da oben. Du musst runterkommen. Ich bin noch schon lange unten gewesen. Ich stand die ganze Zeit gerade bei dir. Kann ich da einfach runterhüpfen? Ähm, naja, wenn du dich ein bisschen am Rand hältst vielleicht. Hm, ich habe Angst. Da muss man nochmal springen. Oder sollte man nochmal springen. Ich sehe nämlich nichts. Ich will diese komischen Kisten da drüben aufmachen. Wie die wir das letzte Mal schon gesehen haben, wo ich mich so gewundert habe, was das für Kisten sind. Ha! Ich weiß nicht, wo du bist. Ah, da. Ich weiß es selber nicht. Huh! Das war knapp. Haha! Vielleicht sollte ich meinen Zauberstab ausrüsten. Oh! Hallo, Menü. Oh! 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 Da ist ein Magier gewesen? Ja, ja. Gewesen. Oh, noch Magier. Oh Gott! Oh! Oh! Zum Glück kann ich mich aber gerade noch irgendwo... Hallo, Maus, geh hoch! Oh! Oh, die schubsen mich die ganze Zeit runter. Tot. Oh! Oh! Kommt her, ihr Mistviecher! Ich habe keine Angst vor euch. Stärkt! Zwischendurch mal einfach Fackeln setzen, wäre ja ganz cool. Wenn ich dran denke, beziehungsweise dazu komme. Oh! Ich muss mich hier erstmal verteidigen. Hoppala, wo kommt denn jetzt der her? Oh, Mann! Bleib jetzt hier an der Ecke und... Schlag einfach die ganze Zeit! Hey, ich habe was gefunden! Oh, was denn? Oh, Gott! Moment, ich werde belagert. Moment! Moment! Ah! Plötzlich, sie kommt vor allem immer so plötzlich... Hoppala! Tot. Wo kommen jetzt hier plötzlich einmal so schnell her? Plötzlich stehen die vor einem. Siehst du das? Was? Oh, was hast du da gefunden? Das ist ein Wasserzepter. Das ist ein Mana... Das ist ein Mana-Teil. Oh, yeah! Das greift sackschnell an, macht 18 Schaden und kostet 4 Mana pro Benutzung. Okay. Oh, Gott. Was sind das eigentlich für Kugeln? Die können wir nicht besiegen. Die machen relativ viel Schaden. Und hier ist noch unser Spicious-Looking-Eye. Die sind genauso hoch. Relativ viel. Elf. Oh, das geht ja sogar. Au! Oh, das Aquaszepter ist geil. Warum wird plötzlich nicht mehr Pilze verwendet, sondern normale Tränke, obwohl ich... Ah! Schmeißt mich halt runter. Sei doch froh! Ja, ich bin auch froh! Ich würde dich unter... Unterfragen. Hinterfragen. Au! Gott, mit dem Internet ist das echt ein bisschen bescheuert. Das hakt und es ist unbegründet. Und ich habe 26 Goldmünzen. Das ist uncool. Ja, ein bisschen. Kommt her. Ich würde es nicht mehr brechen müssen. Ah! Oh, nice! Was denn? Noch ins Hauberstab gefunden. Oh, her damit! Oh Gott! Ich will es jetzt auch ausprobieren. Moment, ich muss mich erst in Sicherheit bringen. Okay, dann kannst du meinetwegen haben. Oh, so schlecht, oder was? Ne, ne, der ist schon stärker als das. Aber das ist halt, ich weiß nicht. Nicht drauf gehen! Ich gehe nicht drauf. Du hast nur noch 152 Lebenspunkte. Was? Nur 1203? Ah, jetzt, ja. Ich bleib hier in der Ecke erst mal ein bisschen stehen. Hier. Hi. Huh. Hoppala. Wo bin ich jetzt da hingekommen? Magische Rakete. Es war aber nett, gerade ich die, die er Schaden gemacht hat, oder so. Was? Hä? Das hat mir noch das Schwert. Ja. So, ich dachte, du wolltest die Dings benutzen, die Rakete. Wollte ich jetzt auch, aber ich brauch da manchmal ein bisschen. Die ist, ich glaube, besser als mein Zauberstab. Aber du musst halt aufpassen, das Ding, damit kannst du nämlich die Zauberkugel kontrollieren. Wie kontrollieren? Oh Gott, ist das geil! Oh mein Gott! Weiß halt nicht, ob das Mana braucht, solange du es kontrollierst. Ich weiß es auch nicht, aber das ist trotzdem geil. Und da hast du doch auch schon was bekommen. Pschuuu. Wie das ausschaut. Ich habe immer noch 200 Mana. Ja, das kostet nur 10 Mal. Achtung! Äh! 15. Die macht etwas weniger Schaden als mir. So! Hält mich mal in dir. Hm, wo bist du? Ich bin direkt vor dir. Okay, gut. Oh, wir sind wieder. Äh! Hoppala, ein bisschen Schaden. Hoppala. Der hat ja oben und er nervt. Boah, die sind ganz ein bisschen dämlichen. Achtung, Achtung! Äh! Ach, verdammt! Die eine hat mich jetzt erwischt. Noch viele! Und vor allem die, die... Du musstest es dann im Video sehen. Die zokeln wahrscheinlich einfach nur so komplett bescheuert rum. Ja. Deswegen... Deswegen... Uah! Das ist ziemlich cool. Braucht nur sau viel. Anna. Au! Ich nehme wieder mein Schwert. Das ist besser. Ich sehe nichts. Ah, ich sehe auch nichts. Nein, ich habe keinen Machtraum. Au! Fuck! Au! Ah! Da war eine Falle! Hey, da war ein Schlüssel! Oh, yeah! Oh, Gott, es ist so dunkel! Ein bisschen, ja! Ja! Endlich ein Kobaltschild! Oh, yeah! Das braucht mal. Oh, endlich! Und was ist das? Und Muramasa. Willst du das? Ja. Immerher damit. Muramasa scharf. Wir schützen mich mal bitte. Weil du ich! Äh, wo ist es da? Achtung kann man sich nicht vorausschützen. Okay. Das war ja so. Das ist besser als das, was ich gerade habe. Das Teil ist auch sau schnell. Und du kannst gedrückt halten. Oh mein Gott! Yes! Yes! Endlich! Oh Gott, wie kommt man da jetzt rüber? So vielleicht. Oh Gott! Da komme ich aber nicht drüber. Weil du kein... Dings dabei hast. Okay. Ähm. Ähm. Was macht man da? Mauer. Nein, warte. Hast du noch... Was ist dabei oder so? Dass du... Ja, müsste ich dabei haben. Warte, dann... Beschützt du mich mal, dann bastle ich Plattformen. Okay. Falls ich die Gegner rechtzeitig sehe, natürlich, ne? Wenn ich die nicht rechtzeitig sehe. Ich mache einfach die ganze Zeit gedrückt halten. Ist die Kugel gerade ernsthaft durch mich durch, ohne dass es mir was ausgemacht hat? Bei mir ist gar keine Kugel gewesen. Deswegen... Bei mir war gerade eine, deswegen... Okay, du... Der Nachteil an dem Muramasa ist halt, dass das Ding so gut wie kein Knockback hat. Ja, das ist schade, aber... Ich kann gedrückt halten, Mann! Das ist einfacher für dich vielleicht. Ja, vielleicht. Aber nur vielleicht. Huh. Spritz! 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 Ich bin ein Springbrunnen! Yay! Okay, wo geht's da hin? Weiter in den Dungeon rein. Oh! Oh! Du lebst jetzt bei mir dreimal vorbei! Ich trau mich nicht runter. Ist da irgendwas Schlimmes? Oh! Nur Gegner. Aber ja, ich bin soweit. Oh! Boah, was ist denn das? Der Fliegende? Ja. Oh! Ja, zu spät. Ich stand in der Tür. Oh, das ist jetzt auch fies. Moment. Ah, da brauchen wir mal wieder Holz. Ich seh nichts. Ja, warte. Ich mach Köln. Wo? Moment. Du möchtest aber gerne wieder mal Klipp nehmen. Hoppala. Ein bisschen angeschlagen bin ich oder so. Aber nur ein bisschen. Ich bin immer noch gewohnt, dass ich die ganze Zeit anklicken muss. Äh, wo bist du gerade genau? Ich bin jetzt weiter durch die Tür gelaufen. Nach vorne. Okay, gut. Weil du hinkst bei mir gerade an der einen Wand. Und hast die ganze Zeit in die Luft geschlagen. Oh Gott. Zum Glück. Zum Glück funktioniert es ja. Fast uneingeschränkt gut. Fast uneingeschränkt gut. Ja. Ich seh kaum was. Ah, wo kommen die jetzt alle her? Was zur Hölle? Ja. Was denn? Was denn? Das sah so gut aus bei mir. Bei mir waren keine Gegner da und du hast einfach nur Schaden bekommen und bist hin und her geschubst worden. Ja, bei mir waren auch noch keine Gegner da und plötzlich warst du da ein Gegner und ich dachte mir so, what? Oh, da kommen jetzt wieder viele. Dummes Internet gerade. Also das liegt aber nicht an meinem Laptop, das liegt am Internet. Ja, ja. Hoppala. Glaube ich gerne. Schon wieder eine Falle Achtung. Das ist ganz seltsam. Ist vielleicht jemand anders bei dir noch im Internet und zieht ein bisschen leistig? Au. Äh, ne, meine Mutter ist nicht da, also nein. Oh, da sind, da sind Schlüssel. In der Truhe. Golden? Ja. Ich nehme ihn mal mit. Und Platinum Barren. Äh, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Egal, ich nehme trotzdem mit. Okay. Müll dir halt alles zu. Ja. Unsichtbarkeitsdrank! Toll. Dann siehst du dich ja auch nicht mehr. Fuck. Höhenforscherdrank. Das ist gut. Und Leuchtstäbe lasse ich mal da. Und den Unsichtbarkeitsdrank auch. Hast du auch? Kannst du zur Not du mitnehmen. Goldene Schlüssel haben die gerade fallen lassen? Ja. Das lassen die Monster hier auch ganz gerne mal fallen. Heil dich mal. Hallo. Ha, jetzt. Ich steig mal hier ein bisschen hoch. Da gibt's nix. Ja, hab ich gesehen. Da hab ich ein bisschen ausgeleuchtet. Aber hier unten, da unten ist Gold. Hm? Hab ich gerade gesehen. Als ich runtergefallen bin, wurde es unten alles hell und dann war da Gold. Hm? Und da ist auch eine Statue hier. Krügeln wir uns jetzt aber nicht durch, weil Gold eigentlich auch nicht mehr. Auch. Da müssen wir jetzt erstmal hoch. Schlimmer. Bringt's was, wenn ich ein bisschen durch die Gegend fuchtel? Jaja, das macht schon ganz gut Schaden. Gut. Weil's halt ein Moga Masa ist. Ja. Aua. Bist du wieder runtergefallen? Hoppala. Oh, hi. Da geht's ja noch weiter hoch. Nein. Hä? Oh Gott. Oh, ein Lichtschalter. Ich werd belagert. Wurde belagert. Gar mehr. Ich kann sogar beim Laufen gedrückt halten. Das find ich toll. Knochen. Immer ganz viele Knochen, find ich. Wow. Wow. Das ist aber manchmal ganz lustig, wenn die Gegner plötzlich vor einem... Pass auf, pass auf, da oben ist ein... Da werden wir wieder von einer Falle erwischt worden. Und hier ist noch ein Herzcontainer. Soll ich den nehmen? Mal abbauen? Ja, kannst du... Oh. Oh. Also abbauen, ja. Aber mit einem Tourischen. Mimimi, warum? Boah, geht weg. Geh weg, du scheiß Knochen-Ding. Tot. Oh, oh, die machen ganz schön Schaden. Also mir machen sie 23 Schaden. Ich weiß nicht, wie viel sie mir machen, aber ich bin auch gleich wieder ganz voll. Au. So, was haben die... Was haben wir? Heiltränke. Ich nehm mal wieder Heiltränke mit. Was kannst du machen? Warum... Oh, das sind normale Heiltränke. Okay. Das sind normal... Oh, stellt 100 Leben wieder her. Oh. Ja, nimm sie mit. Hab ich mitgenommen. Und hab dafür vier kleine Heiltränke abgelegt. Tjuu. Du stehst gerade bei mir in der Gegner rum. Okay. Sofern dir das glücklich ist. Äh, naja, zwischendurch tauchen die Gegner plötzlich auf. So wie jetzt gerade. Ah, das kriegst du schon hin. Puh. Komm her, du dummer Schädel. Ja, er ist hergekommen. Brav. Und dann war er tot. Brav. So. Ich hätte meine Efeupeitsche mitnehmen müssen. Eins. Manchmal reagiert meine Tastatur nicht sofort. Ja, das kann aber auch mit unter an den Legs liegen. Kann auch sein, ja. Holden Schlüssel. Oh yeah. Ich vermute sogar, dass es daran auch liegt. Weil die Tastatur ist neu. Au. Oh, da bin ich jetzt auch drin gelandet. Super. Aber das ist schön. Hier ist schon mal nichts mehr weiter. Au. Wo kommt er her? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Kommt her. Ah, selbst die machen dir noch ganz gut Schaden. Halt. Licht an. Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hör ins Gefecht. Danke, dass du allen Schaden von mir abblocks. Ja, naja. Ich habe auch nur... Au, 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 au. Also so viel Schaden haben die gar nicht gemacht. Bei mir. Wey. Wenn du die Zauberer einmal mit irgendwas triffst, dann hören die auf zu Carsten. Ja. Dann hören die auf zu Carsten. Carsten. Jetzt haben wir schon Günther da, dann Carsten. Was kriegt man noch? Äh, Hans. Hans? Aber, Hans, so heißt mein Opa. Passt doch. Muss ja nichts Negatives sein. Okay. Oh, ouch. Was? Die sind in dir drin? Okay. Spawnen in mir drin. Wurz. Was? Ich habe doch gar nichts gesagt. Aber ich kenne doch deine Denkweise. Ein bisschen. Woll, was ist das denn hier für ein Witz? Guck dir das mal an. What the fuck? Für eine Fackel ein extra Raum. Okay. Fackel habe ich gerade reingesteckt, aber dieser Raum... Psst. ...so gigantisch. So unglaublich riesig, dass wir gar nicht bis ans Ende kommen. Stehst du gerade wieder nur dran, oder? Au, au, au. Okay, nein. Au. Wo bist du? Eigentlich hinter dir. Na, jetzt sehe ich dich wieder ordentlich. Du standst bei mir gerade die ganze Zeit nur da. Au. Was haben wir hier drin? Yay, noch ein Shadow King. Kann sein, dass man zwischendurch das Schwert nicht benutzen kann. Oder das ist auch eine Lecks. Das Gefühl habe ich auch, dass das zwischendurch bei mir mal nicht funktioniert. Au. Aber eigentlich müsste das immer gehen. Eigentlich. Juh. Eigentlich. Eigentlich mögen Leute auch Ferrero Rocher nicht. Und Essens trotzdem. Rocher ist noch geil. Besser als Moncherie. Auf jeden Fall. Aber Moncherie mag ich auch. Nein. Was? Magst du nicht? Doch. Ey, wie bist du da hochgekommen? Äh, vor dir. Ah. Ich bin halt cool, weißt du? Das ist auch eine Möglichkeit, aber die hatte ich jetzt eigentlich an letzter Stelle gehabt. Pfeuer. Ich bin zwar klein und so. Nein, ich habe keine Fackeln mehr. Willst du meine? Ansonsten fackeln. Kann aber, glaube ich, auch noch welche craften. Nee, ich kann welche craften. Okay. Autsch. 24 Stück. Ey. Mit dem Muramasa kannst du halt diese ganzen Kugeln super abwehren. Die Kugeln? Von den Zauberern? Ja. Oh yeah, wo bist du? Ich bin hier oben. Okay.